Musik Erkennen Sie den Ort, an dem wir hier sind? Ich gebe zu, es ist nicht auf der Backnanger Gemarkung, wie das sonst bei den Rätseln in Backnang daheim üblich ist. Aber das hat seinen Grund, warum wir an diesem Ort heute sind. Ich war gestern Nachmittag mit meinem Mann auf der Suche und erst kurz, bevor wir schon aufgeben wollten, auf dem Weg zum Parkplatz, höre ich etwas und merke, jetzt haben wir sie doch gefunden, die Schafherde. Als ich unterwegs Spaziergänger fragte, ob sie mir vielleicht einen Tipp hätten, sagte einer, manche suchen einen Schlüssel, andere einen Geldbeutel. Warum um aller Welt suchen Sie Schafe? Ich habe es ihm nicht gesagt. Aber Ihnen heute sage ich es, es hat mit dem Sonntag zu tun. Es ist nämlich der Sonntag vom guten Hirten. Und ein Hirte ohne Schafe, das geht nicht. Ich finde Schafherden faszinierend. Vielleicht geht es Ihnen auch so. Dieses Gewusel durcheinander, dieses Geräusch vom Abrupfen der Blätter, das Blöken in unterschiedlichen Höhen, das Gewimmel durcheinander. Und ganz faszinierend, wenn plötzlich alle in eine Richtung davon stieben und elegant einem Hindernis ausweichen. Das hat schon etwas Ästhetisches. Schafherden, das hat mich schon ganz am Anfang begeistert, als wir hierher in den Remus-Murr-Kreis gezogen sind. Als ich hier Schafherden entdeckt habe und einen alten Schäfer, wie aus dem Bilderbuch sozusagen. Dass er sich dann schließlich sogar in einen Gottesdienst einladen ließ und von seinem harten, aber sehr geliebten Beruf erzählte, so war das ein Highlight. Und als wir in diesem Gottesdienst auch noch ganz überraschend die goldene Hochzeit des Schäferpaars feiern konnten, war das schon etwas ganz Besonderes und Berührendes. Denn so ein Schäfersleben, das hat schon auch seine Härten. Jahrzehntelang hat er hier im Schäferkarren gelebt und übernachtet. Die Familie konnte ihn zwar besuchen, aber oft mussten sie auch auf ihn verzichten. Die Frau hat das mitgetragen und so konnten wir die goldene Hochzeit feiern. Als ich damals das erste Mal zu dieser Schafherde kam, war ich so glücklich, einen Schäfer entdeckt zu haben, dass ich mich zu schnell bewegt habe. Daraufhin hat sich die ganze Herde in einem Galopp auf den Weg gemacht und der Schäfer und sein Hund hatten Mühe, sie wieder zu beruhigen und einzufangen. Seither mache ich diesen Fehler nicht mehr. Schafe. Ich finde Schafherden faszinierend. Vielleicht geht es ihnen auch so. Aber warum erzähle ich ihnen das heute alles? In der biblischen Zeit gehörten Schafherden zum täglichen Bild, zum Landschaftsbild sozusagen. Es gab viele Schäfer. Es war ein harter, aber ein gängiger Beruf. Und Jesus, der immer wieder an Beispielen aus dem Alltag etwas von Gott und vom Glauben erzählt hat, hat auch von den Schafherden erzählt. Und darum ist es wichtig, sich das vor Augen zu stellen, um zu verstehen, was er damit gemeint hat. Eine Geschichte zum Beispiel, ein Schäfer war am Abend auf der Rückkehr in den Pferch und als er die Tiere in Sicherheit einpferchen will, merkt er, dass eines fehlt. Es ist mir ein Rätsel, wie man das merken kann bei so vielen durcheinander wuselnden Tieren. Und es ist mir auch ein Rätsel, wie man zählen kann und merkt, dass sie 99 und eines fehlt. Aber Schäfer können das. Das haben mir die, die ich getroffen habe, erzählt. Und sie können die Tiere auch unterscheiden, sogleich sie in unseren Augen aussehen. Als der Schäfer merkt, dass eines fehlt, lässt er die 99 zurück und kehrt um. Und er sucht so lange, bis er das Fehlende gefunden hat. Vielleicht ist es irgendwo abgestürzt oder hängen geblieben. Das erzählt die Geschichte gar nicht. Aber freiwillig bleiben Schafe eigentlich nie zurück. Und weil es vielleicht verletzt war oder müde oder verschüchtert, legt er es auf seine Schultern und trägt es nach Hause. Das ist ein wunderschönes Bild. Und es ist das erste Bild, das wir von Jesus überhaupt haben. Das Bild vom guten Hirten. Lange bevor er am Kreuz dargestellt wurde, wurde er als Hirte dargestellt, der ein Schaf auf den Schultern heimträgt. Wie der Hirte sucht sein Tier, so suchst du, guter Gott, nach mir. Ich kann nicht verloren gehen. Gott, du wirst mich immer sehen. Du trägst mich heim in deinem Arm. Da ist mir's wohl, da ist es warm. Es ist ein Abendgebet, das ich unseren Kindern gelehrt habe. Und es ist ein Gebet, das auch mir als Erwachsener noch etwas sagt. Schafe sind Herdentiere. In unserer Zeit hören wir eher etwas von Herdenimmunität. Da ist dieser Begriff wieder plötzlich in aller Munde. Gemeint ist damit der Schutz der Schwachen durch die Herde. Und das ist ja auch der Sinn einer Schafherde. Deshalb bleiben sie zusammen, um geschützt zu sein, vor Angriffen geschützt zu sein. Herdenimmunität bedeutet, dass sich möglichst viele impfen lassen, damit diejenigen, die aus gesundheitlichen Gründen nicht geimpft werden können, durch den Schutz der vielen mitgeschützt werden. Eine Herde. Wenn ich jetzt so eine Schafherde anschaue, dann wird mir besonders bewusst, wie schwer Vereinzelung ist, die wir gerade immer einüben müssen. Wie schön es ist, miteinander unterwegs zu sein. Wie fröhlich das klingt, wenn alle durcheinander blüken. Und wie sehr ich das vermisse, dass wir uns nicht mehr begegnen können, miteinander singen, miteinander reden, miteinander feiern. Auch Gottesdienste feiern. Ich freue mich schon auf die Zeit, wenn das wieder gehen wird. Aber im Moment müssen wir Abstand halten. Und ich wünsche mir sehr, dass wir das auch wieder verlernen. Dass der Händedruck nicht ganz aus der Mode kommt. Dass wir uns wieder unbefangen umarmen können. Und dass der Begrüßungskuss wieder dazugehört. Ich vermute, das wird nicht ganz einfach. Aber ich glaube, da werden wir die Kinder brauchen. Mit ihrer Unbefangenheit. Die uns dazu helfen können. Eine Herde braucht einen Hirten. Jesus sagt von sich, ich bin der gute Hirte. Und ich kenne die Meilen. Die Meilen kennen mich. Ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte gibt sein Leben für die Schafe. Hirten. In Israel wurden die Könige Hirten genannt. So sollten sie sich verstehen. In ihrem Amt als Regierende. In ihrer Verantwortung. Sorgend für andere. Sich nicht dienen lassen, sondern dienen. Sich einsetzen für die Schwachen. Und die Propheten, die immer wieder die strengsten Kritiker der Regierenden, der Könige waren. Sie fragten immer wieder danach, ob die sich auch ihrer Verantwortung vor Gott bewusst seien. Sie fragten, weidet ihr die Herde oder sorgt ihr nur für euch selber? Sorgt ihr nur dafür, dass ihr euer Schäfchen ins Trockene bringt? Die Schafherde unterstützt mich mit Nachdruck bei diesem Prophetenwort. Wisst ihr, dass ihr euch vor Gott verantworten müsst in dem, was ihr tut? Hirten sind nötig. Ich bin kein Schaf, sagen viele. Und verkennen damit das, was dieses Bild eigentlich sagen wird. Ich glaube, dass wir Hirten nötig brauchen. Und zwar zum Schutz für die Schwachen. Und darum, dass nicht die Gemeinschaft miteinander besinnungslos in einen Abgrund rennt. Und ich bin froh, dass es Verantwortliche gibt, die dieses Hirtenamt wahrnehmen. Und da kann man natürlich laut dagegen anblöken. Das ist einfach. Natürlich ist es wichtig, dass wir die Errungenschaften der Demokratie wahren. Aber Demokratie wird viel eher dadurch gefährdet, dass Menschen die Gefahr verharmlosen oder dass sie mit der Angst operieren und die Angst der Menschen ausnutzen. also Kritik ist gut. Aber einfach dagegen anblöken, das finde ich wenig angemessen. Der Herr ist mein Hirte. Das ist das bekannteste Gebet, das wir kennen in der Bibel. Für viele Menschen gehört es zur eisernen Ration. Und auch die Konfirmanden der Stiftsgriechengemeinde haben es für die Konfirmation oder vielmehr für ihr Leben wieder auswendig gelernt. Es erinnert uns daran, dass Gott für uns sorgt wie ein guter Hirte. Das ist gar nicht so leicht eingängig, wie es sich anhört. Es gibt in dieser Zeit ja auch viele Hirtinnen und Hirten, die sich umeinander annehmen und die Hilfe anbieten. Und es macht mich ein wenig traurig, wie wenig Menschen die Hilfe tatsächlich annehmen wollen. Wie viele sagen, ich schaffe das schon noch allein. Wie viele niemandem etwas schuldig sein wollen. Dabei gehört es doch zur Wirklichkeit unseres Lebens, dass wir auf andere angewiesen sind. Als Kind ist das so, wenn wir geboren werden und aufwachsen. Und als alte Menschen brauchen wir nicht so nötig wie eine Hand, die uns hält. Dazwischen vergessen wir das manchmal und vergessen auch das Vertrauen. Das Vertrauen, das für uns gesorgt ist. Ich glaube, das können wir in diesen Tagen wieder neu lernen. Ich wünsche Ihnen einen gesegneten Sonntag und vielleicht mögen Sie mitbeten. Der Herr ist mein Hirte, Stein, Stecken und Stab trösten mich. Amen.